Ich bin heute auf der map SG4 ganz klassisch und ja jetzt schon ich habe hier einen anderen skin ein anderes texture pack und ja und in der hotbar seht ihr den R und auf meinem skin auch was soll das denn darstellen und das werde ich gleich erklären aber erst natürlich mit den hier hier auch so jetzt gehen wir einfach mal raus weil ich angst habe dass mich jemand noch da angreift aber hier ist noch ja egal tun wir einfach ein paar leute fürs erste haben schon fast voll iron aber gut also noch ein paar leute auf jeden fall ist der 31 und ja was ist da meine ich verspreche mich so oft ich weiß echt nicht warum das immer in aufnahmen passiert es passiert mir so wenn ich privat reden einfach nie und in aufnahmen wo ich mich manchmal echt darauf konzentrieren zu reden ich weiß echt nicht was mit der los ist in aufnahmen gut auf jeden fall worauf ich dann wollte ist nämlich halloween das ist ja kannte ich am 31 am 31 oktober und zwar heute ich habe gleich noch was vor aber nicht lange denn ich wollte mit freund rausgehen aber einer beziehungsweise einige können eben nicht so lange weil sie noch was vorhaben oder was anderes vorhaben deswegen ja welche auf jeden fall gucken was ich mache falls ihr noch irgendwas macht ich würde das hier denke ich gleich noch direkt hochladen das heißt irgendwann vor 0 uhr noch falls ihr noch etwas vor habt könnt das jetzt in die kommentar schreiben oder so wird mich mal interessieren und ja ich bin jetzt nicht so der typ der zu haustüren geht und da hier nach süßes oder saures fragt also da bin ich echt aus dem alter raus komm ich sehe keine gegner mehr was los da ist auch keiner gehen wir mal richtung spawnen oder so vielleicht treffe da werden da wen bb schwitz ist auch hier drin ja guter name auf jeden fall davon ist auch wer so viel abgibt was auch mal er kriegt halt so über diese blöcke die hits des todes waren waren angel kapador oh mein gott wir haben kapador im schon so gut wie gewonnen leute er muss nur sich entwickeln und dann haben wir es gut ja also ihr seht schon dass er hier und auf meinem skin so der wollte übrigens von z chase gemacht sein link also sein twitter links unten in der video beschreibung das ist jetzt nur für halloween ich werde ich mal kurz erklären warum das team rocket da also sollte im rocket darstellen einfach weil ich ja normaler sind pokémon trainer skin habe und ja team rocket ist ebenso der gegner und deswegen dachte ich mir passt das eigentlich ganz gut an halloween soll ein kleiner gag sein und dieses resource pack hier wurde mir von exeroptic gemacht auch der download von dem app hier und der ja also sein kanal ist unten in der video beschreibung wird mich freuen wenn ihr beides auschecken würde denn so blick ist echt ein guter pack maker und mir gefällt es auch besonders nicht alle texturen sind self made aber einige auf jeden fall zum beispiel auch hier die hopper also die gui gefällt mir richtig gut auch hier und dass er einfach so ein team rocket halloween pack kann man das nennen der ist auch was tot verbrennt nicht okay ich habe auch keine falle mehr deswegen links ist das ein team scheint so ja es ist es ist wirklich ein team ich will eigentlich den töten ich wollte sich mein geppel essen so ok dann würde ich sagen noch ein gegner und auch ein spieler muss sterben und dann in dem death match und bis jetzt habe ich einige kills gemacht bin voll iron passt jetzt habe ich aber kein geppel mehr aber das auch wer da ist die bibi spitz so komm her bibi okay dann kommt auch nicht her und zwar dieses resource pack hier ja kann finde ich eigentlich wirklich recht geil vor allem ich weiß nicht mir gefällt die hotbar und so die blöcke ja alles gefällt mir dran aber es ist eben so ein heroin resource pack und ich werde ich wollte das jetzt einfach noch an halloween vorstellen und das eben noch an dem tag hochladen ansonsten hätte ich das nämlich an einem anderen gemacht aber ist halt so ein anlass ne so ok da hätten wir wissen wie viele kills wir gemacht haben kann irgendwie nachschauen ich glaube 9 9 kills stimmt das ich weiß nicht ob das stimmt so hat mir mal von einem typen gesagt dass man das so nachschauen können aber ich bin da nicht ganz sicher wir können die stecken machen das manchmal herr wo ist die workbench davon ist die workbench ok gut sehr näher und gare lol ne wer bin ich überhaupt ach so ich bin gar oder gare lol ok nochmals ein tier schwert crafting skills waren auch mal besser ein paar feiler und ein fns noch ok gut ich denke wir sind gut ausgerüstet karpador wird uns zum sieg helfen und ich sagen gehen wir ins deathmatch ich habe übrigens das wollte ich jetzt noch schnell in dem video erwähnen ein reramp contest momentan am laufen wenn ich weiß was das ist das ist quasi ein wettbewerb wo man mir zum beispiel also jetzt in diesem fall ein banner ein avatar und ein twitter header designt und der gewinner also je nachdem was ich dann eben am besten finde ja der gewinner kriegt eben 40 dollar also falls es halt auch ein deutscher design ist und er ist in einer anderen währung möchte zum beispiel euro dann rechne ich das einfach um und ja dann immer auf den drauf sollte jetzt eigentlich sterben habe ich erst noch hier ich sage doch karpador hilft uns jetzt hat er geppelt wird nämlich diese partikel ach der hat noch ein geppel was soll das wusste ich nicht da muss jetzt ernsthaft aufpassen ist dass der mich noch kriegt wie viel geppel hat der noch eingegessen der erst noch eingegessen der zu drei geppel jetzt oder so wenn nicht sogar mehr so haben wir einmal getroffen muss jetzt erstmal auf bo gehen mit der seine als habe ich kann keine feine mehr ich muss das echt vorsichtig angehen jetzt runner ja was soll ich machen du ich kann keine feine mehr kraften stimmt ich habe alles aufgebaut gut das was fns rumbackt echt klasse komm schon ich darf das nicht verlieren niemals ich muss was essen frag mich halt wann er was essen muss ah scheiße er kriegt auch der match und jetzt bin ich tot jetzt bin ich sowas von tot die blitze kommen immer näher ja jungs ich verliere das was oh mein gott als ob ich es war nein ich hab's gewonnen was als ob ich das nicht verloren habe dass mein gott er dreimal geppelt oder zweimal auf jeden fall also zweimal mindestens gott als habe ich das noch gewonnen habe gut ich also es würde mich freuen wenn auf diese folge ein leichter das würde ich fand die echt krass wir haben glaube ich jetzt jetzt gucken zehn kills gemacht okay das hat sie aktualisiert also zehn kills gemacht erfolgreiche runde und dann würde ich sagen die man zum nächsten mal wieder das pack ist in der beschreibung und rhein schau Untertitelung des ZDF, 2020